Hey Leute und Willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, hier in Episode 1 sind wir noch auf dem Campus. Wir gehen jetzt endlich zu Stefan und Mikey. Cool. Äh, was kümmert es euch oder wir sind keine Freunde, aber wir sind keine Freunde. Wir sind am Ende der Kampagne, damit es nur 20 Minuten dauert. Was hast du noch gemacht vor der Klasse? Ah ja, ok. Oh, was ist das? Spiel auf, nerds. Hier ist ein Charakter. Du bist ein Elf Barbarian. Ha 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 ha. Nice. Ich kann mich wirklich als ein Elf Barbarian sehen. Ich weiß, ich bin gut. All right, wir beginnen. Du waren beide künstlerinnen in der König des Avernons. Eine ungewöhnliche Lande, nun leidt zu wasten von den Blutthirsten Raiders des Black Welles. Segen, du hast dich durch den Räder-Kampen kämpfert, um ihre Warlord-Lieder zu suchen, Dur'geron, den Unscarned. Als du in der finale Kampen kamst, blöd und wehre, du siehst, dein Bürohörer zu kommen, aus der andere Richtung. Ich gebe meine Staffe an dich und begrüß dich. Ich bin Elamann, Wieser von der Third Circle, den Künstler gegen King Tiberius und den Künstler von Avernon. Ja, okay, uh, I'm an elf barbarian named, uh, Calamastia, Chloe, Barb, Barb, eh. Calamastia. Super into it. Not bad. Ha. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the unskarrt. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Äh, laut meinem Charakterbogen oder hat mal Menschen-Kebab gemacht? Ach komm, ja. I once stabbed a guy in the chest with a sword and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the unskarrt. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the Durr dude. Elamon frowns. The Raiders could have some good loot at the training ground. And surely, it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? This is some real role-playing action. Also, äh, ja, gehen wir erst mal zum, haben wir erst die zwei Orte da. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavyset orc, who immediately shouts, and points. There are a dozen Raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgul's acid blast. Um, overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every Raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell, as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavyset orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhammer. All yours. Fataler Spalter, Kniestosser, Knaufschlag. Oh Gott, keine Ahnung. Äh, fataler Spalter? Okay, let's end this. Fatal Cleave! You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game! It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a royaling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Jeder macht Fehler. Ja, jeder macht Fehler. Don't worry, Alamon, guy. We all make mistakes. Alamon? Nance. Kalamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? Das Gefängnislager. I guess it's time to freeze some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages. Each imprisoning a human villager. Calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you. And, in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Ah, okay. Hey, shit face. Get out of there. The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Oh, einschüchtern. Intimidating. That's a skill I have. Can I do that? I want that little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common. Which means he can't... I cast communication on the dragonkin. Ah. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge. Where you try to use... Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in. Nice and close. He steps back. His scaly skin quivering in fear. What do you say? Drachen sind Feiglinge in meine Schuhe. Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. That was mistake. The dragonkin growl, snapping at you and showing his teeth and claws. Oh. Tall one is a fool. Dragons are gods, he says. Damn. Ich kann dich größer machen, an Altersschwäche sterben, ich kann dich kürzer machen. Oh Gott, ich weiß es nicht, wenn ein Einzelner unten... Was ist das? An Altersschwäche... An Alterssch... An Alterssch... Ja, ich wusste es nicht. ...Dragonkin guy. This tabletop shit is hard. Try playing solo. The dragonkin swallows the key, pointing at his stomach and then his own butt, laughing at you. Then he... I shoved my axe through the cage, right into his stomach. Then I twist it and then pull it out. His guts and shit start falling everywhere, but I jammed my hands inside his open stomach, grabbing the key. Ey, das war sogar noch viel cooler. Ich bin sogar froh, dass du es verkackt hast. Ich würde sagen, dass du die Challenge verletzt hast, aber das war so verrückt, dass du sie gewonnen hast. Ja! Geh, Gene! Warum hast du die Prisodern geschlossen? Ich bin auf. Als du sie frest, schreien die Prisodern von dir aus Angst. Was ist derzeit? Ja, das ist derzeit. Es ist Tent-Time. Du gehst in der Tent, um zu finden Durgoron, warlord von den Raiders, von der Black Well, sitzt comfortably auf seinem Throne. Er ist ein großartig, red-eyed Minotaur, schraubt in einem fein, schwarzen Kloch, mit einem zwei-handel-sworden, der einfach 6-feet lang ist. Seine Laugier bellows. Wahhahahahaha! Seine Land und Menschen sind bereits meine ich. Seine Waffen hier bringt nichts. Seine Gräunen war schwach. Sie sind schwach. Was für ein Scheiss. Ich habe das. Ich habe das Zael's Kataklysmic Kone von Feuer. Der Feuer fizzelt auf Kontakt. Durgoron wieder lacht, erpricht auf seine Seite, um die show office bracer of fire immunity all of my battlespills are fire based except for you know acid blast which someone used unnecessarily to show off for chloe kalamastia äh vernichtungsschlag wutsturm brutaler schlag vernichtungsschlag das klingt so stark aber genau deswegen glaube ich dass es falsch ich mach brutaler schlag ich mach brutaler schlag fuck oh gott Prozent Wutsturm Rappel Ratsch in Flügel schon das Leben in Grieb in Griechschuld ist in der Stadt den Schalz Dürrgern ist Karabgarten in der ersten Dach die Flügel schon der Indien nachdem in Baden-Diensten Diener Schnellen Nächst er hat ein Fintum Schlag oder ja Ja. Crap. Ja. 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 Das Spiel ist super. Oh Gott. Ich tanze vor Allemann springen, Allemann ermuntern. Was? Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgeron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. And we're even. You feel your strength draining away as Durgeron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Auf seinen Kopf ziehen, auf seinen Arm. Ich glaube, auf seinen Kopf ist falsch, auf seinen Arm. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer. Ah, ja, stimmt. Dann kann er theoretisch sein Feuer benutzen. Oh oh. You're almost dead. Komm, bitte. Oh, fuck yeah. You bring your axe down in a wicked chop. Severing his arm completely. His bracer of fire immunity clangs to the ground. I cast Gignomi's fire strike of flame. Oh snap. Lying on the ground, you conjure a flaming spear. Which flies from your hands to spear Durgeron in the chest. Incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon. Durgeron is defeated. But your wounds were too great. I'm afraid Kalamastia is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Oh shit. Mikey's got serious drawing skills. Oh shit. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah. I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. Yay. Kimmy. What the hell? Oh, Nathan. What have you got here, Twitch? Don't call me that. True North. A jock so dumb makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. What the hell? They're two losers. You're a loser. You want to take this elsewhere guys? Whoa, whoa. You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move Nathan. My dad lost his job at the shipyard. When your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Ah, that's probably his sick pictures, right? Yeah, of course. Nathan has earned it. But I don't think it's cool what the one does. I mix myself, but I can't promise if I can. The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Idiot, geh weg. Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? I don't know if you're a fan of money for Nathan. I think it's a easy goal. How about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. I don't know if that's true. I don't know if that's true. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? Uh, a child. Yes! Yes! Kicking your ass is going to be a piece of cake. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Oh shit. How's Samantha? Guess you got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? You're welcome. Are you okay? Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Everything okay here? No problem, Skip. Und... Also, just? Wegen der Scheiße von Prescott habe ich jetzt eigentlich schon... Bereue ich schon ein bisschen, dass ich mich da jetzt eingemischt habe. Weil... Alter, was war das für eine kackere Action jetzt? Mal ganz ehrlich, Prescott, was stimmt denn nicht mit dir? Ach man. Ja, aber ich bin natürlich irgendwie krass froh, dass wir das tatsächlich beim ersten Mal geschafft haben. Und ich glaube, wenn du einmal verkackst und trotzdem das schaffst, dann wirft es trotzdem da rein. Also du kannst es wirklich nur schaffen. Ja, erst mal wie ich aber die Nachricht lesen hatte. Oh, ein Steph. Ach so, das hatten wir ja schon. Äh. Er freut mich, dass sie reden konnten. Ja, mich auch. Ich weiß, dass du sein Bestes. Ich liebe dich. Okay, alles klar. Dann gehen wir rein. Hi. Hallo. Oh, gut. Du bist hier. Ich bin hier. Ich kann es sagen, dass ich es in meinen Wurzeln sage. Was ist dein Name? Miranda. Oh, mein Vater. Ich habe deine Hesse zu sagen. Gut, ich liebe Miranda. Das ist wirklich wert, was es am meisten in der Welt ist. Viele Frau, die ich mit der besten Begründung habe, und viele Zeit habe ich gehört... viele Zeit habe ich gehört... die Harmonie ihrer Sprache... habe ich gehört... Keiden, du hast mich gebetet. Du hast Wochen nach dem Buch gebetet. Entschuldigung, Herr Keiden. Nein, keine Entschuldigung mit mir. Entschuldigung mit deinem Partner, der sehr gut ist. Und mit deinen anderen Akteuren. Und, die sich selbst. Herr Keiden! Entschuldigung, aber... das sieht besser aus? Ich habe meine Mutter ein wenig. Rachel sieht toll aus. Das wird so surreal wie letzte Nacht. Und mit deinen Ohrringen, was geht da ab? Und mit deinen Ohrringen zu sehen. Ich meine... sie wirklich bedeutet das? Especially, weil ich gerade gesagt habe, dass ich alle Frauen begründet habe. Ja, das ist hart. Wir haben immer noch darüber gesprochen. Wir brauchen eine neue Perspektive. Die Frage ist... Sind Mirandas Gefühle, von instante Passen für Ferdinand nur in Erfahrung und dramatischen Umständen oder... hat sie eigentlich nur das Liebe ihrer Leben gefunden? Was denkst du? Äh... Mirandas eine Idiotin oder... Es ist wahre Liebe. Manchmal, wenn du jemanden mit jemandem veränderst, wird dein Leben verändern, du einfach... wirst du... wirst du... Also... du hast Eltern kommen für die Show zu sehen, right? At 20$ ein Ticket, es muss ja sein Liebe sein sein. Wow! Ein Romantiker und ein Cyniker. Das ist mir tatsächlich hilft. Danke. Danke, Herr Keiden. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? Uh... What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay. So... Why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Uh... Y-yeah. Sure. Okay. Uh... Get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Okay. Time's are hard for elite private high schools. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the... the... Tempest. Hey now. Sharing is caring. Stifte von den... Inspezierten... Inspezinten. Niemand ansonst. Alias Steph. That's... the... nicest backpack I've seen in my life. This poster definitely says... something. Rachel looks so happy here. There's Rachel's belt. Guess I'll go give this to Rachel now. Oh... Sometimes you just gotta turn up the heat. I'm gonna guess it's from... Logan. Uh... Dan Du is wunderschön. Would you with me out of here? I'd find it super. Von... Logan. Rate wer. Must be a hundred costumes in here. He... Am I the only student who's not in this show? Uh... Rachel? Is this your belt? Yes. Thank you. Ja, den Gürtel zuwerfen oder in den Gürtel bringen. Ja, den Gürtel ist, dass ich dich verabschiede. Ich werde dich verabschieden. Ich werde dich verabschieden. Rachel Amber? Last night was amazing. Firewalk war echt cool oder angegriffen werden, war umwerfend. Ja, komm, das hier. Ich hab' nie gesehen, Firewalk live. Ein ziemlich schönes Show. Wir müssen es wieder tun. Um die Wahrheit zu erzählen. Ich ging zum Bett, ich wünschte, es nie zu Ende hatte. Aber dann dachte ich, warum? Warum muss es enden? Äh, das ist tiefsinnig oder vielleicht tut es das nicht. Vielleicht ist es nicht. Es muss enden. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Frigid Amber wird abtrünig oder, äh, aber ja. Ja. Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Are you kidding? This is a badge of honor. Respekt. Let's get the hell out of here. Ja, ich dachte, die will das hören. So von wegen, so niemals. Ich habe doch selber gesagt, dass es cool aussieht. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, dann beende ich hier die Folge von Life is Strange before the Storm. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.